Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Montag, dem 5. Oktober 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 895. Heute mit den folgenden Themen. Snoopy Show, Aktienpaket, YouTube-App, Klage, Sondermüll und FritzOS 7.21. Ich beginne gleich mit Snoopy, der schönen und bunten Geschichte, welche auf der Apple TV gezeigt wird, sofern man Apple TV Plus Inhalte für sich abonniert hat oder bald schon das grosse Abo-Paket von Apple One bei Apple sich gesichert hat oder woanders herum ein neues Gerät aus dem Apple-Universum gekauft hat und das ein Jahr lang gutgeschrieben bekommen hat. Jetzt hat Apple bekannt gegeben in Form eines Trailers, dass im nächsten Jahr Snoopy in die nächste Runde gehen soll. Ich sage nur so viel, Snoopy ist ein sehr intelligenter und fähiger Hund. Das könnt ihr euch im Trailer ansehen. Dann gibt es Neuigkeiten zu Apple. Die Aktienpakete, welche Tim Cook zugesprochen bekommen hat bei Amtsantritt, das waren drei Pakete. Eines bei Amtsantritt, eines bei Verbleiben bei Apple bis zum 1. April 2023 und das dritte Drittel bis zum Jahre 2024. 2024, nee, nicht ganz richtig, denn das erste Drittel kommt am 1. April 2023, das zweite Drittel im Jahre 2024 und das letzte Drittel im Jahr 2025. Das sind die obendrauf Aktienteilchen, die Tim Cook noch bekommt, zu denen, was er sonst schon hat und die haben es aktuell in sich. Wie viel Geld, das damit zusammenkommt, das könnt ihr auf daily.giktok.ch beim Link nachlesen, den wir euch reingemacht haben, verlinkt haben, wie auch immer. Es ist schon eindrücklich, was da so zusammenkommt. Noch eindrücklicher ist aber, was Tim Cook mit dem ganzen Vermögen vorhat. Neben dem, dass er sein gesamtes Vermögen spenden möchte, will er nur einzig und allein ein bisschen Geld auf die Seite legen für das Studium seines Neffen. Wow, da dürfte sich bald mal irgendwann, hoffentlich noch in weiter Ferne, jemand darüber freuen oder viele darüber freuen. Die YouTube-App hat ein Update bekommen auf der Apple TV, aber leider mit einem grösseren Aber dahinter. Sie kann zwar jetzt endlich auch 4K-Inhalte abspielen, leider aber nicht in der vollen Qualität, wie man es sonst von anderen Apps auf anderen Plattformen kennt. Denn nicht möglich ist die HDR-Wiedergabe sowie das Wiedergeben des Videos in schnelleren Abfolgen pro Bild in Sekundeneinheiten. Oder umgekehrt von Sekunden, ihr wisst, was ich meine, Frames pro Sekunde. Es ist nämlich nur möglich bei 30 FPS zu wiedergeben und das ist natürlich ziemlich unschön. Aktuell steht weder von Seiten Apple noch von Seiten YouTube, also Google, irgendein Statement dazu da. Ich hoffe mal, das wird sich nächsten Senden und das kommt auch noch anders. Bleiben wir bei Apple und dem Recycling. Apple hat ja so Roboter, die iPhones zerlegen, iPads und andere Geräte und den Auftrag geben sie extern. Zum einen ging das Ganze an der Logic, das ist eine, oder besser gesagt an die Firma Geep. Und der Logic hat es berichtet, dass eben Apple einen Auftrag gegeben hat in Richtung Kanada an die vorgenannte Firma. Die haben bis zu 600.000 Geräte zwischen den Jahren 2015 und 2017 erhalten. Und davon sollen anscheinend 100.000 nicht wie protokolliert zerlegt worden sein, sondern in Wiederverkauf gegeben worden sein. Das heißt, es wurde schwarz verkauft und laut internen Untersuchungen bei Geep selber, wenn man das dann so ausspricht, ist dabei herausgekommen, dass anscheinend drei Mitarbeiter sich daran beteiligt haben und eben die Gerätschaften in Wiederverkauf gegeben haben. Dürfen wir natürlich gespannt sein, wie sich das weiterentwickeln wird und ob es das vielleicht auch irgendwo sonst gegeben hat. Ich hoffe mal schwer nicht. Dann gibt es, um gleich beim Thema Müll zu bleiben, weitere Neuigkeiten und dieses Mal ist von Ikea. Die möchten bis Ende Oktober des kommenden Jahres weg von den Batterien kommen, von den Einwegbatterien. Es soll hingehen zu Akkus, die wiederaufladbar sind und das soll pro Jahr bis zu 500.000 Tonnen Sondermüll sparen. Was schon extrem ist, wenn man bedenkt, dass das nicht unbedingt das Kerngeschäft von Ikea ist, aber dass da doch so viel Müll zusammenkommt, der eigentlich nicht sein müsste. Zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Hinweis für alle Fritzbox-Besitzer, genauer gesagt für diejenigen, die eine 7590 haben, wie ich zum Beispiel zu Hause. Da gibt es ein neues Update auf die Version 7.2.1. Es gibt verbesserte WLAN-Sicherheit beim offenen Gäste-WLAN. Dann gibt es die Möglichkeit von gezielten Gerätesperren, was überarbeitet wurde und weitere Funktionen. Dazu mehr könnt ihr nachlesen drüben im Pocipsi.ch-Blog. Zu guter Letzt habe ich dann noch ein paar Hinweise und da gehe ich jetzt schnell durch zum neuesten Testbericht im Pocipsi.ch-Blog. Da gibt es zum Einten der Steffen USB Power Delivery 18 Watt Ladeadapter, den es übrigens noch für ein paar Tage zu gewinnen gibt. Wer also Interesse hat, unbedingt über den Link rüber in den Blog wandern. Und dann gibt es Hinweise zu neuen Videos. Genau zum gleichen Gadget gibt es auch ein Video auf dem YouTube-Account. Ich habe ein Video zum Samsung Power Stick Jet Multi 90 gemacht. Das ist ein Akkustaubsauger, der sehr umfangreich ist im Sortiment. Dann gibt es ein Video zum AirThings Wave Plus. Wer seine Luftqualität im Büro oder zu Hause messen möchte, sollte sich das mal ein bisschen genauer anschauen. Und das neueste Akkara-Gadget, nämlich das G2H, ein HomeKit-fähiges Kamerateilchen. Sehr, sehr schickes Ding und sehr günstiges im Vergleich zu Mitbewerben. Das war es zum heutigen Tag. Ich wünsche euch einen schönen und erfolgreichen Start in die neue Woche. Und ja, wenn ihr mögt, hören wir uns morgen wieder. Bis dann, euer Pocipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.